also wächst ein schön entspannt auf die musik immer na ja die ist das beste da wollte ich auch gerade aufnehmen das gilt ein herr obwohl darfst du mich selber bestraft wenn du keinen mili und keinen anderen dabei hast der physischen schaden macht oder generell eine waffe hat da kriegst du halt auch schön die engels und die waffen genau splitterwaffe und so weiter aber jetzt wenn der typ mit dabei ist kriegt er das alles ja nicht alles aber es splittet sich halt aber schon naja klar bist ja mit ihm der einzige und alles kassel genau gold drei wochen ist schon wieder weihnachten wahnsinn wo ist die zeit hin ich weiß es nicht mein vorwärts weihnachten vorbei bei deinem job da ist natürlich obwohl ihr habt ja immer stress das ganze jahr ich denke mal weihnachten ist wahrscheinlich noch naja das ist also weihnacht wenn sie zu das ende des jahres geht die leute alle merken die leute werden immer aggressiver genervt naja ist eigentlich für die meisten stress weihnachten dann kommt weihnachten und das ist ja so schnell weg gut ich sage mal heutzutage ist ja nicht mehr so schlimm wie früher heutzutage ganz viel online bestellen ja wenn die geschenke brauchst und so früher musstest du ja wirklich ins kaufhaus rammeln und so weiter und so fort und heutzutage ist das schon entspannter auf jeden fall ja das stimmt schon naja tatsache wenn das letzte ding stammt ja gut auch die musste extra mal anquatschen okay jetzt als ich aber ist ja immer sicherer ist aber guck mal die gibt ja wechseln jetzt mal gas und dann nicht so wie früher wo ich noch stehen ja früher das war ja das war ja abartig hast du ja wirklich 20 minuten schon fast hinmacht aber wie gesagt das haben sie auch erst geupdatet ich weiß nicht ob es kurz vor gw2 war oder kurz vor eye of the north ich glaube das war tatsache wirklich kurz vor gw2 gewesen ich bin mir jetzt aber auch nicht mehr so sicher eigentlich da wo wir es gar nicht mehr gebraucht haben oh ein rahmenstab wo er mir den ratenstab weggeschnappt hat 56 prozentige chance ein dietrich zu behalten das machen wir noch mal natürlich ist er kaputt gegangen natürlich selbst bei 99 prozent geht er noch kaputt ja ich hätte meine spielsucht lieber sein lassen sollen naja ich darf das nie mehr machen komm lea zieh im finger gib alles ruhe Läuft die eigentlich Ihren eigenen Weg oder läuft die mit dazu? Ne, ich glaube die läuft ihren eigenen Weg Die läuft ihren eigenen Weg Jaja Ist ja bloß, falls irgendwo mal stuckt oder vielleicht noch ein Vieh aus dem Boden kommt So, wenn wir dann am In der Oase angekommen sind, dann muss ich erstmal Käffchen holen Jo, ich muss dann auch noch mal ganz kurz erstmal Oh, mein Behn ist gerade eingeschlafen Dein Behn Das ist eklig Das ist ja immer älter wird Da schläft immer irgendwas ein Irgendwas schläft immer ein Ich war ja gestern im Gym Dann hab ich noch schönen Mittag gegessen Dann hab ich mich mal am Mittag eine Stunde hingelegt Und wo ich dann mit aufgestanden bin, hab ich mich gefühlt wie so ein 90-Jähriger Das war apart Oh shit Naja, das ist dann Leg sich das mehr hin und dann Oh gut Im Gym waren halt wieder ein paar hübsche Mädchen da Da gibst du natürlich richtig Gas Und das holte ich dann ja Holte ich dann recht schnell wieder ein So, Lea, komm jetzt Das ist der letzten Meter Das ist der letzten Meter Okay 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 Caption time Awe Ja, schon einige So Alright Alright Dann gehts mal Ist halt die Frage Wie läuft man jetzt Wir können bitte vor Und durch die Durch die Ich weiß es ja nicht, sorry Ich Ja, gehen wir vor Und dann irgendwie durch die Tore durch Weil hinten rum Das Das streckt sich dann auch noch Mhm Gehen wir hier lang, da hat es noch ein paar Gegner, dass es nicht zu langweilig wird Genau Zum Hacken hier Der Strahl Der Strahl kam pünktlich zu spät, ja Wird eigentlich nur noch getoppt, wenn Z Schattenhoof Meteorschauer mit hat Hmm Z Büffelhüfte Ja Na komm Das bleibt ja Na gut, es gab wie gesprungen, ob man jetzt hier unten Ja Ja Wurscht der Lava gegangen wären oder hier oben Ja Ich brenne Ja 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 Das ist glaube ich der mit Lebensvertrauen hier. Naja. Da hab ich eh keinen Siegel mehr. Da soll ich aber noch ein paar Fertigkeiten mitnehmen. Was war der Mensch da? Ich blöse Siegel. Nein. Der hat mein Ding ist äh... Er ist gleich dauernd da. Der lädt so drauf. Oh, ich kann sagen wir neben... Jetzt hat er natürlich einen Snap. Ich kann sagen wo will er denn hin? Ah, tipptopp. Das ist aber eine gute Stube hier. Jawohl. Ja. Hm. Die ruhigste rum. Scheiß Siede liegt mir auf den Sack schon. Tipptopp. Die muss man eigentlich schon machen. Wooh! Wooh! Ah, Optimus. Scheiße. Dann. Dann. Ryrig. Ey, da kommt jetzt noch nicht, da kommt das nachher. Nein. Der letzten Missy. Stimmt, der war in der letzten. Ach ja, der hat der Spinn hier. Da müssen wir bloß aufpassen, wenn da von hinten. Ah. Die Moors hat schon mal kommen. Die haben in der Vergangenheit gerade im Upnot schon mal diverse Vibes verursacht. Ups. Na ja, weg mit dem Bobs hier. Okay. 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 Jetzt kommen schon zwei her. Oder immer. Oh, der ist schon tot. Ah ja, okay. Also jetzt kommt von hinten wieder einer. Naja, von vorne und da auch der andere da. Oh, der hat der Power Drain oder irgendwas gefressen. Naja, der hat da noch an den Geistern eben gehangen. Aber halt macht der mal. Wie die Kackalaken. Wie die Kackalaken. Wie die Kackalaken, war. Wie die Kackalaken, war. Na, jetzt mach schnell das scheiß Siegel direkt hier. Schluss mit lustig. Oh, da strahlt der Kammer gut. Oh. Ja, der Siegel wird mal down da. Ja. 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 Das war's. All right. All right.